Ja, aus irgendeinem Grund sind die Video-Dateien der fünften Folge verschollen. Ich habe nicht sehr viel gemacht, ich zeige es euch kurz. Also ich habe hier den Backup-Gang aufgemacht, das hier übersprungen. Dann ist hier der Backup-Gang offen, das ist vom nächsten. Dann sind hier immer so Babyspinnen gespawnt, das ist hier so ein Labyrinth. Ähm, mit, ja, wir haben Hälsers von Hälserspüscheln. Ähm, dann, ja, das hat drei Etagen gehabt. Jetzt müsste ich hier nur noch hinten, wo ich es drauf bin. Okay, ich zeige es mir von außen, ob ich es so wenig mehr möglich zu zeigen. Ähm, Raum 2, 2, und wo ist Raum 2, 3? Ach, hier. Okay. Hier rein. Genau, dann kommt man hier rauf. Hier war der Backup-Gang. Und hier sind wir bei so einem Schieberätsel. Dann habe ich da oben das darunter befördert und jetzt können wir eigentlich schon wieder weitermachen. Ja. Dann sehe ich kurz mal in ein paar Survival-Mode und weiter geht's. Gut. Ähm, löse das Schiebepuzzle, befördere den Samplock in erstes obere Loch und das untere Loch. Wieder fahr. Ja, darf ich fahren. Und hier so, hier so, hier so, und hier so, und hier, hier. Und dann, ich bin laut genug, wo dann hier wieder, ich weiß nicht, ich weiß nicht genau, wo jetzt das Loch ist. Dann, ich weiß nicht, ich weiß nicht, genau so war natürlich das. um ich hab mich schneller als da oben, da oben hab ich ziemlich lange gebraucht genau, ist hier schon das Loch? Ja! Da ist es auch schon! Jawoll! Das ist ja rucki zucki gegangen! Bei dieser Aufgabe müssen alle deine Items abgelegt werden. Sieh deine Rüstung aus, die ist auch verboten. Hast du alle Items abgelegt? Fail Gang und Backup Gang Soundbox! Soundbox! Ja, ich liebe die Soundbox, ne? Nein! Nein! Hier lang! Hier lang! Ich muss hier lang! Ich muss hier lang! Verdammt! Verdammt! Fail Gang, wo bist du, wenn man dich braucht? Ok, das ist ja Ich muss hier lang! Ich muss hier lang! Ah! Ich muss hier lang! Ich muss hier lang! Oh! Oh, da kommt es jetzt! Ok. Hier! 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 Da! 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 Ok! Hey, das war schon mal richtig. Hallo, Minecraft. Autsch. Nein, ich mag hier lang. Komm schon. Das schaffst du, Minecraft. Hallo. Hallo. Eile? Fuck. Hallo. Ne, du darfst mich nicht als Schieter beschimpfen. Vergiss, du sagst mich nicht, die du vor dieser Aufgabe in die Tour abgelegt hast. So eilig. Das riecht schon, boah, ganz geil, ja? Hier, ich hätte mal, die soll ich hier nicht haben. Und hier, so, das, das. Und hier zwei Steinschapfen, das Essen, Papier und Gold. Und weiter geht's. Ja, es ist natürlich blöd, dass hier die Videos in der Fünften voll überraschauen sind. Aber ich habe ja nicht so viel gemacht. Ich habe es euch ja gezeigt. Ähm. Vergiss, sondern, ach ja. Nee. Was ist denn das? Du kannst schon bohren. Wenn ich spiele Gold rein, sprenze und springe schnell den Merkur entlang. Und erhalte Gold. Du hast nur drei Versuche und erhältst bei jedem Versuch immer weniger Gold am Ende des Karton. Okay. Und Pardos. Aua. Spiele starten, Anzahl der Versuche. Mann. Wenn ich spiele, kann man überspringen. Ja, das weiß ich. Aber ich bin Goldgeil. Oha. Ich bin ziemlich gut, Mann. Nein. Ich versuch's mal. Nein, schneller. Hopp. Schneller. Komm schon, das schaffst du. Nein. Schneller. Doofi. Mann. Nein. Oh Mann. Das schaff ich doch nie. Das schaff ich doch nie. Wie kompliziert das so. Oh. Okay. Hm. Das schaff ich echt nie. Ich erinnere mich sehr stark an. Ich erinnere mich sehr stark an die DC. Wo kann ich denn? Nein. Das ist so schwer komplaniert. Oh, alz. Noch ein paar Schüsse und ich bin echt tot. Mann. Mann! Wie fies ist das eigentlich? Boah! Ey! Mann! So kann man das ja nie schaffen. Autsch! Hast du vielleicht weh? Verdammt! Wo ist denn das Gold? Wo fließt das Gold? Irgendwo da oben. Wo das ist schon alles weg. Könnt ihr natürlich auch sehen. Yay! Boah! Das ist der letzte Versuch! Ach, der ist gerade... ... Ach, Mann! Wie schaff ich das denn? Das ist alles ein Zufall. Also nicht Zufall. Also ich weiß, dass die wieder gedruckt hatte. Aber man muss einfach schnell genug sein. Und das ist schwer kompliziert. Mann! Mann! Ich hab keinen einzigen Versuch! Boah! Mann! Oh Mann! Was ist das jetzt? Was ist das jetzt? Das regt mich auf! Leute! Mann! Ich kann euch diese Adventure einfach nur empfehlen! Das ist einfach nicht zu geil! Und auf jeden Fall zu schwer! Ja! Ach ja! Übrigens! Ich gebe jeder Map eine Bewertung! Es bekommt dann immer so viele von 10 möglichen Punkten! Ich bewerte das immer so! Ich bewerte das immer so! Das habe ich mir halt so gedacht! Weil... Ja! Ich gucke mir halt öfters Zombie an! Wer den kennt! Der bewertet ihr seine Adventure Maps auch! Die ihr von dem Video bekommt! Ja! Übrigens! Ihr könnt mir auch Maps schicken! Ähm! 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 Die Links findet ihr unter... Immer unter jedem Video! Außer natürlich es sind Infovideos! Unter jedem Adventure Video oder so! Ähm! Den Link dazu! Ähm! Das hab ich nicht geschafft! Ähm! Und für Themen! Ähm! Ich brauche unbedingt Themen für ein Let's Play! Also für das Minecraft Let's Play! Und... Ja! Gut! Die Links findet ihr unten in der Beschreibung! Für den... Für den Adventure Map Vorschlag, den ich noch spielen soll! Einen habe ich noch verfordert! Oder zwei, weiß ich noch nicht genau! Ob ich die gerade jetzt hier auch mache! Ähm! Und für Themen! Bin ich auch komplett offen! Ähm! Müsste mir nur ein paar vorschlagen! Und... Ja! Schau mal, ob ich das hier noch schaffe! In diesem Park! Ja! Ja! Ich glaube das schaffe ich noch! Ja! Das muss ich noch schaffen! Autsch! Yay! Zweite Hebel! Ja! Das habe ich einseitig geschafft! Das war nicht allzu schwer! Das sind Aufgaben nicht mehr! Weiter! Und weiter! Ah! 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 Da haben sie das Backup-Gangschild vergessen! Und jetzt! Okay! Ähm! Wir sehen uns im nächsten Part! Bis zum nächsten Mal!